Hallo, ich bin Jilvina Staponas Mischkinis. Ich komme aus Litauen. Ich bin hier im Opernstudio als Bassbariton. Jetzt möchte ich für Sie singen Sevol Balare aus Hochzeit des Figaro. Die Serie ist sehr wichtig für mich. Es war meine erste große Rolle. Es ist schnell und es gibt viele Konsonanzen. Rhythmus ist sehr wichtig in Mozart. Ich muss bleiben in diesem Rhythmus. Die Serie ist sehr wichtig. 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 Die Serie ist sehr wichtig.